Moin mein Digga, nur ganz schnell und herkommen zu einem neuen Fallout Video. Ich weiß, ich habe erst eins gemacht, aber ich dachte mir einfach, warum nicht? Ich habe jetzt ein bisschen Zeit in dem wunderschönen DLC verbracht. Zwar mit Mods, aber das seht ihr, dass es tatsächlich nicht so Mod-lastig ist wie manch anderer Vault 88. Vorher war es ja Starlight Drive-In. Hier zeige ich euch jetzt mal mein Vault 88. Erstmal die wunderschöne Tür öffnen, damit man hier natürlich ein bisschen respektabel und lore-friendly ist. Gut, lore-friendly ist jetzt ein Exoskelett mit einem Jetpack nicht unbedingt. Wui! Wui! Aber es ist ein schöner Mod. By the way, die Mods, die ihr hier seht, die sind auch nochmal in der Videobeschreibung. Komm schon! So. Der Witz daran ist, ihr werdet ein paar verschiedene Farben an Rüstungen sehen bei den Wachen. Weil ich bin mal wieder ein bisschen frei gewesen und habe mir selber so gedacht, ach komm, wenn ich schon irgendwie Wächter einfüge, dann gebe ich denen verschiedene Rangordnungen hier so hier immer. Wir machen auch erstmal was dazu. Man kann denn ja immer die Tür offen lassen. Voto Remote Access! Ich sag mal so, gibt es eigentlich irgendjemanden, der das in dem Vault 88 DLC noch irgendwann mal gemacht hat, die Tür auf und zu machen, nachdem man in diesen Vault schnell reisen kann? So. Und zwar. Folgendermaßen. Es gibt weiß, es gibt schwarz-rot, es gibt schwarz-blau und es gibt orange-grau. Die weiß-roten sind nur zweimal vertreten. Das sind quasi die Guardians. Das ist quasi in meiner Adoption ist das der höchste Rang. Die dürfen ein Exoskelett tragen. Ich will nur ein bisschen handeln. Schieß los. Und haben ne Minigun. So. Dann haben wir Nummer zwei. Das sind die Captains. Tragen schwarz-rot. Haben auch ein Exoskelett und haben Gorse Rifles. Davon gibt es drei. Dann haben wir viermal die Offiziere. Blau-schwarz. Und die tragen ne Plasma Rifle. So. Dann. Ich sag mal so. Ich hab ja alles mit dem normalen Glühbirn ausgestellt. Weil das sind einfach die, die am meisten Licht liefern. Ja. So. Die sind viermal vertreten. Eins, zwei, drei. Dort hinten der... Moment. Ich muss in die Richtung zeigen. Da. So. Warum fehlt hier der Haken? Weil der Scheiß dort schief ist. Ja. Das ist natürlich jetzt wunderbar. So. Ich weiß irgendwie. Das ist auch nur sowas. Warum kann ich das nicht einfach dahin setzen, wo ich will. Seht ihr mich nochmal hier verzweifelt im Baumenü? Ich habe so ewig gebraucht. Das ist der absolute Hammer. Geil, jetzt sind die zwei ineinandergepackt. Barber und Security, na dann werden wir das doch einmal verwerten. Wo waren das? Wanddekoration, Gold, Schilder. So. Da ist der Barber. Ah, dann nehmen wir nochmal die Klinik und die Dingens. Cafeteria war's. So, und die Klinik. So. Klinik. Cafeteria. Moment, den Overseer sollte ich lieber vorher dran machen. So. So, die Security ist der einzige Punkt, der jetzt quasi nach rechts zeigt. Obwohl ein großer Teil der Security im Atrium ist. Ne? So. Wunderbar. So. Auf jeden Fall Security. Da seht ihr die Rookies. Die haben einen Laser Rifles. Ist auch ein Mod. Ja. Bei der See. So. Ich habe den... Ich finde das ganz cool, dass ich als Terminal. Deswegen habe ich hier einfach einen normalen Stuhl hingebaut. Was? Und einen... Wachposten. So. Ansonsten. Was hier links ist, das ist der normale Reaktorraum. Da ist nur quasi ein Podest drin, falls ich dort nochmal eine neue Wache reinsetzen werde. Dann. Was hier am... Was hier die ganze Zeit anklackern hört, ist tatsächlich der Sound, der mit dem Exoskelett mitkommt. So. Ansonsten. Kommen wir hier rein und sehen, wenn wir das mal... Jawoll. Von weiteren Typen begrüßt die erstmal Rookie sind. Werden von... Werden von einem Offizier begleitet. Einmal was damit der den Zeichon in die Richtung geht. So. Fangen wir rechts an. Wir haben... Dann haben wir die Quartiere. Dann haben wir ein paar Betten. So. Ja. Hier links ist es lustig. Essen. Essen ohne Ende. Ja, wisst ihr daran ist, die meisten, die immer arbeiten, stehen irgendwie immer dort draußen hier an der Wand. Weil... Warum auch immer, die wollen irgendwie mal an den Pflanzen arbeiten, aber arbeiten dann von draußen. Die arbeiten durch die Wand durch. Aber naja. Gut. Hier sind die Cafeteria. Warum ich hier ein Generous Good Store und eine Bar drinne habe, ist mir immer noch ein Rätsel. Und auch dekorieren. Über die Dekoration reden wir nicht. Ich bin froh, dass ich auch den Wort geschafft habe. So. Du kannst, by the way, mal die Fresse halten. Genau. Greife es und steck es wieder rein. Auch immer schön, dass er immer das gleiche abspielt. So. Dann gehen wir in die Klinik. I dance. Wie schaut sie dir aus? Wie schaut sie dir aus? Ich kann nicht gut verstehen. Zwei Betten, einfach nur um das anzudeuten. Schönes Waschbecken. Hast mal eine Runde saufen. So. Waschbecken, ein OP-Stuhl. Und dementsprechend auch natürlich eine Klinik. Was du auch brauchst. Du bekommst es. Sehr schön. So. Dann. Ach, zum Ausdecker gehen wir zum Schluss. Dann gehen wir hier rein. Hier ist ein allgemeiner Bildungsraum. Also, es ist quasi eine Art Klassenzimmer für neue Einkommlinge. Die lernen erst einmal, wie das hier im Vault abläuft. Ich finde es übrigens, diese Karte erstaunlich schön. Ich weiß nicht, wieso, aber ich mag diese Karte. Find ich gut. Erstmal so ein schönes Tricks. Für mich finde sie das geil. Dieser sauberen Stühle und Tische. Und dann dieser übelste Ranzschreibtisch mit dem übelsten Monitor hier von... Einfach von komplett... Dem kompletten Areal. Weil es ist ja nicht nur Boston. Da ist ja auch Concord, Lexington und sowas ist ja dabei. Gut. Dann. Hier tun wir mal den Waffenladen. Der ist... Logischerweise ist es der Waffenladen. Dementsprechend ist der auch mit... Auch mit Sicherheitsteilen ausgestattet. Das war ein Krampf, die Leuchte... Die Leuchten dort hochzubekommen. Das war ein richtiger Krampf. Irgendwie, das war... Das war mein Krampf, Alter. Und, ja. Hier sind die restlichen Betten. Weil... Ich sag mal so... Wir haben... Wir haben... Wir haben... Wir haben... Wir haben... Wir haben 54 Betten. Wir haben 2-3 Schleuder. Und... Der Punkt ist, irgendwann werden die Sahnzahlenleute auch hier sein. Deswegen hab ich ja gesagt, ach scheiß drauf. Gut. Werkstätte. Äh... Das Ding hier gehört mit zu dem... Hier... Exosikletten. Ja, ich hab keine Ahnung, wo ich... Die 2 Dinger muss ich nochmal unterbringen. Aber ich weiß halt nicht ganz, wo. Ja. Ich könnte vielleicht hier nochmal eine Wand reinzimmern. Aber das sieht dann bestimmt unbedingt so geil aus. Aber wir können ja noch... Jetzt so zum letzten Raum gehen. So. So, hier wird man natürlich auch erstmal von dem Offizier begrüßt. Dann sieht man schon den Captain. Und dann sieht man... Ja. Guardian Nummer 2. Die haben das Sagen. Die müssen wir noch füllen können. Wenn ich die füllen könnte, wär das richtig geil. Ja, das... Ich... Der Punkt ist, ich... Ich wollte halt einen Raum drin. Und da ist das Regal jetzt irgendwie mir... Mir zuerst eingefallen. Und ich finde es übrigens sehr, sehr schön. Äh... Je nachdem, für was ihr... Ähm... Veropter absoluter Fehlschlag. Und... Die Bewertung vom... Äh... Hier Spieleautomaten vollkommener Fehlschlag nicht bauen. Und ich weiß tatsächlich nicht, ob das daher kommt, ähm... Ob es wirklich daher kommt, dass wir... Dass ich jetzt andere Parameter festgelegt habe. Oder dass die äh... Alte Aufseherin, die ich bei dem erschossen habe. Das im Allgemeinen sagt. Ja... Wieso stehst du dort oben, Bruder? Wäre auch mal was einfach noch. Hier oben zwei... Zwei Leute hinstellen. Das hatte auch was. Gut. Auf jeden Fall. Das wäre mein kleiner Volt 88. Betonung auf klein, weil ich... Es gibt schon sehr, sehr viele Videos auf YouTube, die eben das... System von Volt 88 aufgeschnappt haben und wirklich... Optisch auch wunderschöne Worts gebaut haben. Aber... Ja. Aber trotzdem, wenn es euch gefallen hat, sagt gerne ein Like da. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Hauen sie rein und tschüss.